Können Ich ga, du hast, er ga, mir gönnt, er gönnt, sie gönnt, er hat gönnen. Ich gönnt, du gönnt, er gönnt, mir gönntet. Kann Adrian gut singen? Ja, Adrian kann recht gut singen. Können Tiris und Walter singen? Ja, sie singen fantastisch. Sie singen gern im Duett. Letztes Jahr haben sie im Eurovision Song Contest zusammengesungen. Kann Barbara singen? Nein, sie kann kein bisschen singen, aber sie spielt gut Gitarren. Kann Frau Müller einigermassen singen? Nein, sie singt nicht besonders gut. Schade, sonst können sie in den Kirchen Chor kommen. Und sie? Können sie singen? Nein, ich kann ganz und gar nicht singen. Kann Adrian kochen? Adrian kann nur Rummeletten kochen. Oh, der Arm, da muss er ja verhungern. Können Tiris und Walter kochen? Ja, sie können ausgezeichnet kochen. Dann könnten sie uns ja mal zum Essen einladen. Kann Barbara ein grosses Festessen kochen? Komm, sie hat absolut keine Erfahrung im Kochen. Ich gehe am Samstag ans Konzert. Kannst du auch mitkommen? Nein, ich kann leider nicht mitkommen. Ich muss arbeiten. Frau Müller kann sicher gut kochen, oder? Ja, sogar sehr gut. Sie ist Köchin von Beruf. Sie arbeitet im Hotel Zürich. Kannst du gut kochen? Nein, ich kann nicht gut kochen, aber ich bache gerne Kuchen. Kannst du mir schnell dein Handy geben? Nein, mein Handy ist tot. Ist die Batterie leer? Ja, ich muss es wieder aufladen, aber ich habe kein Aufladengerät. Wenn du willst, kannst du mein Handy nehmen. Meine Schwester kann sehr gut kochen. Sie probiert gerne neue Sachen aus. Sie kann jetzt nicht nur um einen Nachknee aus, du deinen Kopf aus. Ich kann nicht die Batterie drehen. Ich kann nicht die Batterie drehen. Die Batterie drehen.